Im Transferfenster herrscht weiterhin viel Betrieb und Borussia Mönchengladbach steht im Rampenlicht, was bei den Fußballfans für Aufregung sorgt. Das junge französische Talent Manu Kone, erst 22 Jahre alt, dessen Name sich bereits in die nationale Geschichte geschrieben hat, nachdem er mit den Fohlen glänzte, erobert nach einer beeindruckenden Leistung bei der U21-Europameisterschaft die Aufmerksamkeit der europäischen Giganten. Selbst nachdem er sich während des Turniers eine Knieverletzung zugezogen hatte, blieben seine brillanten Fähigkeiten nicht unbemerkt. Große Vereine wie Juventus, Neapel und sogar Bayern München haben ein intensives Auge auf den Spieler, während Gerüchte über die Möglichkeit einer Übernahme mit einem stratosphärischen Wert von unglaublichen 40 Millionen Euro kursieren. Kone, der zuvor mit den Fohlen in der Bundesliga herausragende Leistungen erbracht hatte, steigerte seinen Status auf der internationalen Bühne mit seiner außergewöhnlichen Leistung im U21-Turnier und entwickelte sich zu einem der vielversprechendsten Talente Europas. Der spekulierte Wert dieses Transfer spiegelt nicht nur die unbestreitbare Brillanz des Spielers wider, sondern auch seine Prognose für die europäische Fußballlandschaft und markiert einen aufregenden Wendepunkt in seiner Karriere und dem Transfermarkt insgesamt. Der Wettbewerb zwischen den interessierten Vereinen verspricht hart zu werden und die Fans von Borussia Mönchengladbach sind voller Vorfreude und gespannt darauf, wie sich dieses Narrativ entwickeln wird. Bitte um Fanmeinung. Und Sie, leidenschaftlicher Fan von Borussia Mönchengladbach, wie sehen Sie die Möglichkeit, dass Manu Kone den Verein verlässt? Sind Sie gespannt, wie dieses Kapitel enden wird? Teilen Sie Ihre Meinung unbedingt in den Kommentaren mit und beteiligen Sie sich aktiv an der Diskussion über die vielversprechende Zukunft unseres geliebten Vereins. Bleiben Sie auf unserem Kanal auf dem Laufenden, um die neuesten Updates zu dieser Transzendenten Bewegung auf dem Transfermarkt zu verfolgen.